Hallo und willkommen beim Thema Datenbanken. Heute wollen wir uns eine formale Abfragesprache ansehen, welche die Grundlage für moderne Abfragesprachen in heutigen Datenbankmanagementsystemen ist, nämlich die relationale Algebra. Eine Algebra ist ja eine Menge zusammen mit Operationen auf diese Menge. Die Kenntnis der relationalen Algebra hilft dabei, die Datenbankabfragesprache SQL und relationale Datenbanksysteme besser zu verstehen. Die Relationenalgebra ist eine theoretische Anfragesprache für das relationale Modell. Sie ist viel einfacher als SQL und umfasst nur fünf Basisoperationen. Die Selektion, die Projektion, das kathesische Produkt, Mengenoperationen und den Verbund. Sie erlaubt es, Relationen miteinander zu verknüpfen oder zu reduzieren und komplexere Informationen daraus abzuleiten. Eine Anfrage ist ein Ausdruck der relationalen Algebra. Ein Relationen algebraischer Ausdruck besteht aus einer oder mehreren Operationen. Diese Operationen arbeiten auf Mengen von Dupeln. Das Ergebnis ist wiederum eine Relation. Heute sehen wir uns die grundlegenden Operationen der Relationenalgebra an. Bei der Selektion wird ein Operator Sigma verwendet, um bestimmte Datensätze basierend auf einer angegebenen Bedingung aus einer Relation auszuwählen. Die Selektion extrahiert genau die Dupel, welche die angegebenen Bedingungen erfüllen. Um eine Selektion durchzuführen, wird die Bedingung auf jedes einzelne Dupel in der Relation angegeben. Wenn die Bedingung für ein Dupel wahr ist, wird dieses Dupel ausgewählt und in das Ergebnis der Selektion aufgenommen. Andernfalls wird es verworfen und nicht in das Ergebnis einbezogen. Sehen wir uns dazu ein Beispiel an. Wir haben die Relation Kunde und hätten gerne alle Personen, die in der Stadt Kambert wohnen. Der entsprechende Ausdruck lautet Sigma Statt ist gleich Kambert von Kunde. Unsere Ergebnisrelation besteht aus allen Personen, die in der Stadt Kambert wohnen. Hierbei wird die Gleichheit des Werts eines bestimmten Attributs der Relation und einem in der Bewegung angegebenen Wert überprüft. Wenn der Wert des Attributs mit dem angegebenen Wert übereinstimmt, wird das entsprechende Dupel ausgewählt. Solche Bedingungen der Selektion können auch beliebig mit den Operatoren UND, ODER und NICHT erweitert werden. Das logische UND verknüpft zwei Bedingungen und stellt sicher, dass beide wahr sein müssen, damit die Gesamtaussage als wahr betrachtet wird. Das logische ODER verknüpft zwei Bedingungen und stellt sicher, dass mindestens eine von ihnen wahr sein muss, damit die Gesamtausfrage als wahr betrachtet wird. Das logische NICHT kehrt den Wahrheitswert einer Aussage um und macht aus einer Warenaussage eine falsche und umgekehrt. Betrachten wir folgendes Beispieldupel. Werte die Selektionsbedingung Straße ist gleich Klimtweg 2 und Stadt ist gleich Kambert darauf aus. Sowohl die Aussage Straße ist gleich Klimtweg 2 als auch die Aussage Stadt ist gleich Kambert ist für das oben angegebene Dupel wahr. Daher ist auch die gesamte Formel gemäß der Definition des UND-Operators wahr. Betrachten wir die folgende Beispielrelation Kunde. Welche Dupel befinden sich in der Ergebnisrelation für folgende Selektionsoperation? KundenID ist gleich 2378 oder Postletzahl ist gleich 8653. Es werden alle Dupel selektiert, für die die Selektionsbedingung wahr ist. Dies sind die Dupel mit der KundenID 2378 oder der Postletzahl 8653. In den allermeisten Fällen möchte man als Benutzer einer Datenbank nicht alle gespeicherten Daten eines Dupels, sondern nur einen Teil davon im Ergebnis finden. Hierfür steht die Projektion PI J1, J2 bis Jn zur Verfügung, die aus einem Dupel genau jene Werte extrahiert, die zu den angegebenen Attributen J1, J2 bis Jn gehören, in genau der angegebenen Reihenfolge. Wir schauen uns wieder ein Beispiel an. Wir wollen nun alle Straßen unserer Kunden ermitteln. Das erreichen wir durch eine Projektion auf das Attribut Straße der Relation Kunde. Dieser Ausdruck liefert uns das gewünschte Ergebnis. In der Relation Kunde kommt die Postletzahl vor der Stadt. Wir hätten dies aber gerne in umgekehrter Reihenfolge in unserer Ergebnisrelation. PI statt Postletzahl von Kunde liefert uns alle Dupel aus der Relation Kunde eingeschränkt auf die Stadt und Postletzahl, wobei in allen Ergebnisdupeln die Stadt vor der Postletzahl steht. Da die Ausgabe einer Operation der relationalen Algebra wieder eine Relation ist, kann sie Eingabe für eine andere relationale Algebra-Operation sein. Daher können die Operationen Selektion und Projektion natürlich auch miteinander kombiniert werden. Sehen wir uns hierzu ein Beispiel an. Als erstes machen wir eine Selektion aller Dupel der Relation Kunde, in denen die Kunden-ID 2378 oder die Postletzahl 8653 ist. Es werden alle Dupel selektiert, für die die Selektionsbedingung wahr ist. Dies sind die Dupel mit der Kunden-ID 2378 oder der Postletzahl 8653. Wir wollen nun unseren relational-algebraischen Ausdruck mit einer Projektion erweitern. Unsere Ergebnisrelation soll nur aus einer Spalte bestehen, und zwar der Kunden-ID. Unser Ergebnis besteht jetzt nur noch aus der Spalte Kunden-ID aller Dupel, auf die unsere Selektionsbedingung zutrifft. Oft möchte man aus zwei Mengen von Dupeln eine einzige Ergebnisrelation erzeugen. Dafür stehen die Operationen Vereinigung und Durchschnitt zur Verfügung. Die Vereinigung übernimmt alle Dupel aus den zwei Relationen in die Ergebnisrelation. Der Durchschnitt übernimmt nur diejenigen Dupel in die Ergebnisrelation, welche in beiden Relationen vorhanden sind. Um diese beiden Operationen einsetzen zu können, muss jedoch sichergestellt sein, dass die beiden Relationen die gleiche Struktur haben. Das heißt, genau die gleichen Attribute in genau der gleichen Reihenfolge beinhalten. Natürlich können diese Operationen auch mit den schon bekannten Operationen Selektion und Projektion kombiniert werden. Schauen wir uns wieder ein Beispiel an. Alle Städte, in welchen Kunden oder Lieferanten wohnen, sollen ermittelt werden. Dies können wir wie folgt mit einer Kombination von Projektion und Vereinigung lösen. Die Vereinigung kombiniert die Dupel aus zwei Relationen und erzeugt eine neue Relation, die alle eindeutigen Dupel aus beiden Relationen enthält. Duplikate werden entfernt, sodass das Ergebnis nur eindeutige Dupel enthält. Nun zum Durchschnitt. Alle Städte sollen ermittelt werden, in der sowohl Kunden als auch Lieferanten wohnen. Folgender Ausdruck liefert das gewünschte Ergebnis. Das Ergebnis enthält somit nur Dupel, die in beiden Relationen vorhanden sind. Jetzt noch einmal alle besprochenen Operationen kurz zusammengefasst. Die Selektion ermöglicht das Filtern von Dupeln basierend auf bestimmten Bedingungen oder Kriterien. Die Projektion ermöglicht das Auswählen bestimmter Attribute oder Spalten aus den Dupeln einer Relation. Die Vereinigung ermöglicht die Kombination von Dupeln aus zwei oder mehr Relationen und ergibt eine neue Relation, die alle Dupel aus den beteiligten Relationen enthält. Der Durchschnitt ermöglicht das Finden von gemeinsamen Dupeln in zwei oder mehr Relationen. All diese Operationen können in einem relational-algebraischen Ausdruck miteinander kombiniert werden. Das war's fürs Erste. Neben den eben behandelten relational-algebraischen Operationen gibt es noch Operationen zur Verbindung verschiedener Relationen, das kathesische Produkt und den Verbund. Dazu aber mehr ein anderes Mal in einem eigenen Video. Ich freue mich, wenn wir uns dort wieder zu diesem Thema treffen. Bis hoffentlich bald! , bis zum nächsten Mal! Vielen Dank! Vielen Dank.